Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ... ... ...... ...... ...... So, um jetzt zu halten und zu reiten, das hört sich eigentlich mal unheimlich schwer an, das ist für die Medien natürlich auch, wenn man sich logisch aufbaut, schwer zu betreuen, aber wenn ich jetzt mal die sage, du reichst Diagonale und du steigst dann ja auch immer nur so einzurecht und dann reichst du einfach zwei Pflicht mit Diaretten hintereinander mit einer guten Vorbereitung und sie überhaupt gar nicht so bleiben. Ja, klar. So, eine der Spülere und noch eine der Spülere. So, wenn Sie in den Ausbruch kommen, dann kommt da auch wieder, ich glaube, vielleicht mal nicht, wenn man sagt, man sagt, man kann man nicht ganz genau sehen, wie in jedem Fall der Spülere eigentlich die Andalopierung wird. Ja, aber auch, dass Sie in den Ausbruch kommen, dann sind die anderen, die auch in den Ausbruch kommen, die in den Ausbruch kommen, in den Ausbruch kommen, genauer Sie sehen. Vielen Dank. Ich denke mit anderen Luizen, dass der eine Luizen sich auf eine Seite kann entspannen und wieder eine Zeit wird von Konzentreren. Aber Johan, ich denke nicht, dass sie die Kombi-Nasen sollen, weil sie denken sehr, 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 sehr. Dann soll sie hier rein kommen, ja. Ich denke, dass sie die Kombi-Nasen sollen, aber nicht in Wachtel. Ich habe noch nicht viel gesehen, aber wir haben auch noch viel gesehen. Wir schauen noch einmal an die Entspannung und Vertrauen in diese zwei Paarden. Die sind in Brat und in Gerund. Wir schauen auch auf die Applaus und die Kutaten an zu sehen. Dann kommen wir wieder an. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020